bei euch gehen noch ein informationstürmchen her so sie gleich soweit sein haben wir das strom geht es auch wieder dran ich drehe bald nur durch mit dem strom ich bräuchte noch offshore windräder kann ich aber auch keine mehr bauen oh menno wie machen die text den strom gezeiten kraftwerk sonst nicht nö scheiße wie kann ich helfen ja ja weiter kommen danke ok ok dann machen wir uns halt so ich habe es ja nur übersehen gehabt oder so ich brauche hier das kohlekraftwerk eine kurze pause vielleicht dann sind sie wieder topfit auch wenn ich hier schon zwei stunden spiel das ist mir gerade kenne so ob sie ja bald ich will jetzt das fertig kriegen und dann in der ökobilanz ökobilanz werte fallen ja ist grad egal registriere verbesserung der ökobilanz was ach hier 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 informationis so ökobilanz werte fallen Was jetzt? Steigen oder fallen? So. Jetzt kommt aber jetzt. Es kann ja bald nicht mehr wahr sein, dass ich immer erst Häuser bauen muss, bevor sich hier irgendwas rührt. So, dann bauen wir halt ein paar Häuserchen. Sonst rührt sich ja nix. So. Aber jetzt hier. Schon komisch. Handel, Einkauf, Sushi. Gehen wir hier die Mengen ein bisschen an. Damit uns nix wegfällt. Oh, Menno. Das ist Ihre Chance. Enttäuschen Sie mich nicht. Die Verantwortung dafür übernehmen. Jo, ist schon klar. Ja, geht doch. Hier wollen Null hoch. Hier auch. Hm. Aha. Jetzt haben wir eine Überproduktion an Tee, oder wat? Jetzt will keiner mehr Tee. Ja. Seid auch so blöd, wie es nur noch krachen kann. Mit dir haben wir wirklich aufs richtige Pferd gesetzt. Danke. Äh, jetzt stagniert hier schon wieder alles. Wie könnte ich's Dean denn erträglicher machen? Außer den überteuerten Lifestyle zu bezahlen. Äh, hilft wohl nicht. Muss ich wohl oder übel irgendwann in den sauren Apfel beißen? Dieses Farm kann den Boden dieser Insel nicht nutzen. Aha. Muss ich mal durchgucken, ob ich hier irgendwo bei... Wie heißt das Ding? Magna... Mangan. 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 Sand. Kriege ich denn das Zeug hier? Komisch. Nee, keine Ahnung. Ich kann denen gar nicht in den Arsch kriechen. Die Leute arbeiten wirklich hart. Aber es reicht eben nicht, um sich etwas beiseite zu legen. Aber naja. Das reicht's aber bald mal, oder? Wir sind schon hier so hoch rauf gestiegen. Meinst du, wir könnten aus dieser Welt einen noch besseren Platz zum Leben machen? So, was ist hier jetzt los? Wollen sie vielleicht dann aufsteigen? Nö. Ich versteh's nicht. Wir werden's auch nicht mehr. Hm. Auch wenn ich hier die Statistiken wählse, ich komm hier auf keinen grünen Zweig gerade. So. Ich spiel ja eh schon wieder lang genug. So. Deswegen beende ich jetzt die Aufnahme. Sag dann tschö. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. So. Hallo. Alle miteinander. Da sind wir mal wieder bei Anno. Da. Mit. Äh. Huch. Was mach ich denn schon wieder? Ich laber wieder nur Bullshit. Ist ja Wurst. Ähm. Ja. Wir müssen immer noch versuchen, dass wir die Leute zusammenkarren. Wie viel von den Dingern haben wir nicht schon. Äh. Äh. 962. Wir brauchen insgesamt 25. Dann müssen wir hier in der Gegend müssen wir noch ein bisschen ausbauen, ne? Was hier ein bisschen was vorangeht. Dazu brauchen wir noch Werkzeuge ohne Ende. Aber ich würd mal sagen, unsere Minen sind eh bald erschöpft, oder? Muss ich gucken. Oh. Nur noch 3.488 Tonnen. Das ist nicht mehr viel. Aber naja. Das dürfte man geregelt bekommen. Indem dass man vielleicht noch eine andere Insel besiedelt. Und vielleicht die ganze Stahlproduktion woanders hinschiebt. Und vielleicht die Reisproduktion auch. Tee könnte man hier auch herschieben. Wär perfekt. Aber für das bräuchte ich noch ein paar Werkzeuge mehr. So. Da muss ich mal gucken. Ja. Es floriert. Es floriert. So ist es ja nicht. Ja. Über 1000 haben wir schon. Da ist der Weg eigentlich nicht mehr allzu weit. An die Spitze. So. Maximal. Aber Sushi ist fallend. Wieso denn das? Für was brauche ich denn nochmal für die Sushi-Produktion? Achso. Salatköpfe bräuchte ich auch noch. Aber die habe ich momentan nicht vorrätig. Wo produziere ich die denn nochmal? Produziere ich hier, oder? Äh. Huch. Falsche Insel. Ist nicht meine. So. Das ist meine. Meine Insel. So. Hier produziere ich die Salatköpfe. Was brauchen wir denn nochmal hier für? Sushi. Salatköpfe. Holz. Werkzeuge und Bauzellen. So. Da muss ich wohl mein Schiff leihen. Ah. Habe ich hier schon hier runtergebracht. Da muss ich wohl noch ein paar Dingens bauen. Was mache ich mal so eben? Hoppala. Ich brauche wohl erstmal ein Waren-Depot. Was wir hier hinpflanzen. So. So. Dann können wir hier reinzoomen wieder. Und ab dafür. Brauchen wir schon ein paar. Das lassen wir wieder automatisch setzen. Wie immer. So. Fump. 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 Und noch eins. Weil es so schön ist. Fump. Das dürfte mal fürs erste Reichen wieder. Oh, oh. Oh, oh. Ich komme gleich. Mein liebes Gefolgschaftlein. Oh, ne Feuerwehr bräuchte ich hier auch mal. Da muss ich leider hier auch noch eine herstellen. Entwarnung. Feuer eingedämmt. So. So, kurz mal umgeswitcht, dass ich sehe, wie viel Kohle ich verdiene und so. Weil das doch ein bisschen im Weg war. Ich glaube, so Krankenhäuser und so wären auch nicht übel. So. Da noch eins. Dann sind wir da versorgt. Wenn ich hier eine Straßenanbindung herbekommen würde. Hier rüber, so ist es fein. Dann brauchen wir noch ein paar Wohnhäuser. Da noch eins. Dann ist es perfekt. Ja, da wollen auch schon wieder welche aufsteigen. So gefällt mir das. Aber ich muss, glaube ich, fast noch ein Stadtzentrum bauen. Also, dass ich das so hinbekomme, wie ich das will. Glaube ich zumindest. Glaube ich zumindest. So. Drei Wollen hier noch aufsteigen. Eins so. Muss ich fast wirklich die Tee-Plantagen hier hinpflanzen. Hier könnte ich ja Tee auch anbauen. Und den Reis könnte ich hier auch her verlagern. Mal gucken, mal gucken. So. Wie sieht es denn mit dem Rest des Zeugs aus? Communicator sind auch leider im Fallen. Die Energiedrinks sind im Steigen. So. Hoppala. Wieder nicht meine Insel getroffen. Irgendwie nehme ich immer den Verkehr. Gärde. So. Haben wir hier auch Eisen vorkommen. Ja, aber nur 4.200. So. Überproduzieren wir hier was zu viel. Kupfer. Kupfer wird man hier überproduzieren. Dann können wir ja direkt mal so was machen. und so.